Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab September 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Niederkassel. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 600 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020